was seid ihr hallo hallo ich brauche was zu essen habe dir was zu verkaufen klar momentan sind wir gut bestückt na perfekt super ich habe jetzt echt gedacht tschüss tschüss hallo habe echt gedacht man könnte jetzt hier für die waffe was einkaufen da habe ich mich aber total geirrt gerade ich glaube viel mehr gibt es hier auch nichts aber was soll's komme ich hier hoch perfekt jetzt haben wir vielleicht mal ein bisschen besseren ausblick da oben ist dieses türmlein oh na komm mal her Hey, die Waffe gefällt mir Bin mal gespannt, was das ist da vorne Und da oben ist noch ein sehr mysteriöses Haus So, Haus oder Turm, Haus oder Turm Erstmal das Haus Mal gucken, was wir finden Wer baut denn da oben so auffällig ein Haus hin Bin ich mal echt gespannt, was da drin ist Aber der Ausblick hier ist genial Das sieht doch ganz gut aus Und wir haben hier eine Audio-Notiz erhalten In die Vault Soll uns das etwas sagen Wir können hier leider nichts mitnehmen Weil wir zu schlecht sind Aua Dich haben wir die ganze Zeit gesucht Wer denn? Wie bitte? Spaziert hier einfach so im Ödland rum Macht tierisch einen los und denkt, dass keiner was davon mitkriegt So eine Schande Aus ihnen wäre noch mal was geworden Na ja Zeit zu sterben Können wir nicht darüber sprechen? Haha Nein Nein So geht das nicht Ja, da muss ich euch leider töten Schade, na ja Was soll's Ach guck mal da oben ist ja Also da war ja noch einer Das war's dann halt auch schon wieder mit der Munition hier Aber bei dem Kampf hier können wir schon mal Diese neue Waffe ausprobieren Na ja Guck mal an Ich glaub wir haben uns gerade Freunde gemacht Warten wir doch mal schön ab Aber die Frage ist natürlich Wer davon hier ist unser größerer Feind Haha Und natürlich Der Super-Mutant wollte auch noch ein Stück Abhaben Jetzt mach doch hin So Wo hatten wir die Jagdflinte nochmal? Okay, perfekt So Ich Trau mich jetzt noch bis zum Turm Oh, der hat schön viel Muss mal kurz gucken Ob die Rüstung von denen besser ist als meine Ich hab momentan die an hier Ja, perfekt So, wo liegen denn die anderen von euch rum Ich hatte schon Nö Lasergewehr Ja klar, warum nicht Und ich nehm die zweite Rüstung auch mal mit Dann kann ich die direkt hier Ein bisschen verbessern Ach, verdammt Und hier oben müsste doch auch noch einer liegen Ah, super ey Die kam mir gerade recht eigentlich So, Laserpistole haben wir auch schon gehabt Bing, bing, bing Fertig ist es Aber wisst ihr was? Bevor wir jetzt hier zum Turm rennen Mach ich eine Aufnahmepause Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Also Habt Spaß Und bis zum nächsten Mal Ich hoffe Das war jetzt nicht zu langweilig hier Ist halt Mit ein bisschen Rennen verbunden Jetzt das Ganze aber Bevor jetzt was passiert Schnell speichern Und Fraps aus Tschüss